Schützen Sie nur die Zivilisten! Verstattet! Die Wünsche! Hoffentlich sind Sie das Nächste mal zu Ende! Gelte Ende! Beeilung! Wir verlieren Sie! Die Wünsche! Die Wünsche! Die Wünsche! Die Wünsche! Die Wünsche! Hey! Nehmen Sie die Waffe! Ich gehe ans Steuer! Oh ja! Ich gehe ans Steuer! 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 Ich bin auch, ich bin auch, ich bin immer aufreiend! das war ein toll treffer jetzt zwei scharfschützengewehre mitgenommen was ist gar nicht mehr ja gut als ein märz wir nähern uns in der uhr hq verstanden wir müssen herausfinden wo an borte sich versteckt es geht sie noch unten macht die typen dort alle kalt ich übernehme und schon also was macht er denn da hinten mhm oh was schon voll idiot alter was ist das jedes mal ist dass dieser idioter wenn ja dann gute nacht ich hatte warte immer noch und er ist ein idiot er ist immer noch ein idiot gott was für ein vollidiot alter oh ganz große klasse was soll denn noch alles schiefgehen wie zur hölle sollen wir das schad aufkriegen ich glaube hiermit können wir das schad aufsprengen perfekte ok hallo viele ich frage mich was der andere typ macht soweit ich weiß kam bei ihm nämlich nicht so viele gegner und dass er nichts tut ist schon ziemlich armselig ja